Hallo zusammen, hier ist mal wieder Lux an Wunder mit einem neuen Tutorial, mit einem neuen Lifehack, den wir euch heute präsentieren. Und zwar zeigen wir euch heute, wie man eine ganz hervorragende, biologisch verträgliche und biologisch abbaubare und damit moralisch vertretbare Handseife herstellt. Das ist auch eine Seife, die kann man nicht nur für die Hände benutzen, sondern gerne auch fürs Gesicht und es ist allgemein ein sehr, sehr guter, hervorragender Lifehack. Dazu brauchen wir ein Messer und eine Kohlrabi. Wie wir alle wissen, sind Kohlrabi hochgradig, antioxidant und antidepressiv. Deshalb nehmen wir einfach diese Kohlrabi hierher, schneiden den Rumpf und den Deckel ab und gehen dann hier an der Kohlrabi entlang und schnitzen diese Kohlrabi, ich sag mal, in eine Seifenform. Gerne hier etwas rund, dass es beim Einseifen der Hände ein bisschen besser abrutscht. Und diese Kohlrabi, richtig angewendet, oder diese Seife vielmehr, richtig angewendet, säubert nicht nur die Hände, sondern pflegt auch die Handhaut, die Zwischenfingerhaut und ist zudem sehr, sehr gut gegen jegliche Art von Viren, Bakterien oder sonstigen Erregern. Also einfach diese Kohlrabi-Seife ins Badezimmer legen und immer mal wieder die Hände waschen, weil better safe than sorry. Das war's von uns, wir sind Lux an Wunder und wir geben euch Tipps, wie ihr besser durchs Leben kommt. Nächstes Mal wieder bei Wie man richtig. Auf Wiedersehen.